Hi, schön, dass du wieder mit dabei bist. Heute habe ich einen ganz tollen Tipp für ein erfrischendes Körperspray. Das ist optimal für den Sommer, wenn es heiß ist, wenn du schwitzt. Dann nimmst du dir einfach hier so eine getönte Glasflasche mit Wasser drin. Ich habe fast voll mit Wasser gemacht. Und dann haben wir hier drei ätherische Öle, Alkalyptus Radiata, Pfefferminze und Salbei. Und da nimmst du jetzt jeweils drei bis vier Tropfen und machst sie hier zu der Wassermischung in die Glasflasche mit dazu. Die Pfefferminze, die kühlt ungemein, ist eigentlich so die Klimaanlage aus der Flasche. Und die kühlt, erfrischt, duftet ganz toll und frisch und erfrischt einfach den Körper und kühlt ihn wieder runter. Eukalyptus auch hat so eine erfrischende, tolle Note und duftet toll und macht dich einfach kühl und frisch und wach. Und Salbei ist auch ganz toll einfach, es wird schon über alle Kulturen hinweg verehrt und benutzt. Die Lakota-Indianer haben Salbei schon benutzt, um negative Energien zu vertreiben, zu reinigen. Salbei ist östrogenähnlich und gleicht die Hormone aus, von daher unterstützt es auch super in den Wechseljahren. Da hat man ja auch Hitzewallungen und es wirkt sehr ausgleichend und riecht auch ganz toll. Und deswegen kommt er auch mit in die Mischung rein. Ich schraube hier mein Fläschelchen mal auf. So, jetzt mache ich hier eins, zwei, drei, vier Tropfen Eukalyptus Radiata. Dann vier Tropfen Pfefferminzen. Und dann noch vier Tropfen Salbei. So, jetzt schraube ich das Ganze wieder zu. Schüttel einmal kräftig. Und jetzt kann ich es einfach immer mit mir nehmen. Und egal, wenn es mir heiß wird oder wenn ich die Luft verbessern möchte, kann ich es entweder einfach hier so in die Raumluft sprühen. Oder ich kann es mir auch auf dem Körper sprühen. Und es erfricht, es kühlt runter, es duftet total lecker und ist einfach das perfekte Sommeröl. Ich hoffe, ich konnte dich inspirieren. Probier es einfach mal aus. Die Mischung ist einfach total toll und sommerlich und kühlend. Klimaanlage aus der Flasche kannst du immer mit dir mitnehmen. Allzeit bereit, um dich runter zu kühlen. Wenn du mal riechen möchtest, kann ich dir auch so eine Mischung mal als Post schicken. Wenn dir das Video gefallen hat, würde ich mich sehr über ein Like freuen. Und wenn du meinen Kanal abonnierst, freue ich mich natürlich umso mehr. Und wenn wir uns dann beim nächsten Mal wiedersehen. Bis dann. Ciao.